Wir haben also einen Kredit über 300.000 Euro und den möchten wir tilgen. Der Zinssatz ist angegeben, 6% per Annu, also pro Jahr. Was natürlich nicht dasteht, dieser Kredit wird natürlich getilgt und der wird natürlich monatlich getilgt. Also Raten sind meistens monatlich. Man erkennt es natürlich aus der Fragestellung, also schon allein die A, da lautet, wie groß ist die monatliche Mindestrate. Also klar, im Hintergrund sollten Sie haben, es erfolgt eine monatliche Ratenzahlung. Bedeutet allerdings auch, diesen Zinssatz von 6% muss ich mir umrechnen in einen Monatszins. Das heißt, ich habe 6 zwölftel Prozent pro Monat, habe also 0,5% monatlich und damit ist mein Q 1 plus 0,5 durch 100, da kommt raus 1,005. Also das ist mein Q monatlich gerechnet. Jetzt können wir mit der Aufgabe beginnen. In der A, also in der A, die monatliche Mindestrate ist eigentlich keine schwere finanzmathematische Frage. Es ist nur einfache Zinsrechnung. Weil, wenn Sie einen Kredit zurückzahlen wollen, müssen Sie natürlich mindestens so viel zahlen, wie die Zinsen sind. Idealerweise ein bisschen mehr. Also mindestens 2, 3 Cent mehr, damit der Kredit wenigstens mal in 500.000 Jahren getilgt wird. Also mache ich folgendes. Das heißt, ich berechne zuerst, wie hoch sind die Zinsen und dann sage ich, die Rate muss höher sein als diese Zinsen. Ich habe 6% an Zinsen jährlich. Das heißt, meine Zinsen pro Jahr sind 6% von 300.000. 6% heißt 6 hundertstel. Also nehmen Sie Ihren Taschenrechner oder rechnen Sie im Kopf 6 hundertstel mal 3 100.000 und kommen auf 18.000. 3.000 mal 6, ja, 18.000 Euro pro Jahr. Naja, und wenn Sie das durch 12 teilen, dann haben Sie die monatlichen Zinsen. Das heißt, die Zinsen monatlich, machen wir so, monatliche Zinsen sind natürlich 18.000, durch 12 sind 1.500. Das heißt, Sie zahlen monatlich 1.500 Euro an Zinsen und damit müssen Sie mindestens 1.500 zahlen, also eigentlich mehr als 1.500. Das heißt, die Rate, die monatliche, muss größer sein, am besten nicht größer gleich, weil sonst zahlen Sie es ja nie ab. Sie muss also größer sein als 1.500 Euro. Das war die A. Gut, die B, da geht es um die Restschuld. Das heißt, da kommt jetzt eigentlich diese Sparkassenformel rein, also die Formel, die wir im Hauptfilm gesehen hatten. Ich mache es mal weg aus Platzgründen. Also, Teilaufgabe B. Es geht um die Restschuld. Gut, und im Hauptfilm hatten wir diese Formel für die Restschuld. Ich habe gesagt, das Kapital nach N, Zeiteinheiten, ist Anfangsdarlehen mal Q hoch N minus Rate mal Q hoch N minus 1 durch Q minus 1. Was weiß ich? Ich weiß, mein Anfangskredit, K0, ist 300.000. Ich kenne Q. Q ist ja, setze ich zusammen aus diesen 6% pro Jahr, heißt 0,5% pro Monat. Und wenn ich dann rechne, 1 plus 0,5 durch 100, dann habe ich mein Q, mein Wachstumsfaktor oder wie auch immer. Das ist also 1,005 N sind 12 Jahre. Ich muss aber in Monaten rechnen, weil die Ratenzahlung monatlich erfolgt. Ah, halt, Entschuldigung, 10 Jahre. 10 Jahre, 12 Monate sind 120 Monate. Und was brauche ich sonst noch? Die Rate. Die Rate ist hier angegeben mit 2100. Und damit habe ich eigentlich alles. Ich kann das einfach in meine Formel einsetzen, eintippen und bin fertig. Also habe ich hier Restschuld nach 120 Monaten ist Anfangsbetrag 300.000 mal Q hoch N minus Rate mal Q hoch N, also hoch 120 minus 1, durch Q minus 1. Das Ganze tippen Sie ein. Für den ersten Teil sollten Sie 545.819,02 erhalten. Für den zweiten Teil sollten Sie 344.146,63 erhalten. Und wenn Sie das voneinander abziehen, kommen Sie auf eine Restdarlehenssumme von 201.672,39 Cent. Also eigentlich das Einzige, was Sie hier machen müssen, Sie setzen es in die Formel ein. Und wenn Sie das getan haben, dann können Sie sich jetzt eigentlich nur noch vertippen. Versuchen Sie es nicht zu tun und dann kommt es eigentlich direkt raus. Damit kommen wir zur C. In der C suche ich natürlich den Zeitpunkt, dass mein Darlehen getilgt ist. Wenn das Darlehen getilgt ist, heißt es, das N Kapital K N ist 0. Und auch dafür hatte ich Ihnen im Hauptfilm eine stupide Formel angegeben. Das Darlehen ist getilgt zum Zeitpunkt. N gleich Ln von R minus Ln von R minus K 0 mal Q minus 1 durch Ln von Q. Im Prinzip auch hier, wir kennen eigentlich alles. Wir kennen die Rate, die ist 2.100. Also habe ich hier Ln von 2.100 minus K 0, 300.000 mal Q minus 1. 1,005 minus 1 ist 0,005 durch Ln von 1,005. Mathematisch gesehen sehr einfach, weil es einfach nichts zum Umformen gibt, nichts zum Überlegen. Ich setze einfach nur eine Formel ein. Das heißt, die einzige Schwierigkeit, die auch hier besteht, versuchen Sie sich nicht zu vertippen, wenn Sie es in den Taschenrechner tippen. Wenn Sie das getan haben, sollten Sie auf eine Zahl von 251,2 kommen, gerundet. Das sind Monate, weil ich an Monaten rechne. Und wenn Sie das umformen, also durch 12 teilen, dann kommen Sie auf 20 Jahre. 11 Monate bleiben übrig und wenn Sie Lust haben, können Sie den Rest auch noch in Tagen umrechnen. Es kommen übrigens noch 5 Tage raus. Also kurz gefasst, ziemlich genau 21 Jahre. Damit hätten wir auch die Laufzeit erledigt. Das heißt, auch hier die Laufzeit, es gibt nur eine Formel. Sie mag zwar hässlich aussehen, aber ich setze einfach alles in die Formel ein und bin fertig. So, dann können wir jetzt zum Schluss noch die Idee machen. Die anfängliche prozentuale Tilgung. Dafür gibt es eigentlich nicht so eine richtige Formel. Es wird aber trotzdem sehr häufig gefragt. Vor allem, wenn Sie mal tatsächlich zur Bank gehen und tatsächlich einen Kredit wollen, dann wird das Problem oft auftauchen. Was machen Sie also? Sie rechnen sich die Tilgung aus. Sie rechnen also aus, wie viel tilge ich und teilen das durch die Kreditsumme. Also das heißt, Sie nehmen einfach die Tilgung durch die Kreditsumme. Und zwar geht es hier immer um jährliche Tilgungen. Habe ich vergessen hinzuschreiben, also jährlich. Und wie bestimme ich eine Tilgung? Naja, die Tilgung ist ja das, ich zahle eine Rate und von dieser Rate gehen mir die Zinsen weg. Also nehme ich die jährliche Rate, ziehe davon die jährlichen Zinsen ab, teile das Ganze durch die Kreditsumme. Die jährliche Rate, ich zahle 12 Monate lang 2100 Euro. Die Zinsen, die ich zahle, 300.000 Euro habe ich aufgenommen, darauf zahle ich 6% Zinsen, also 600. Ich gehe jetzt wieder von einem 6% Ausweis, weil es wieder um eine jährliche Rate geht. Und das Ganze teile ich durch die Kreditsumme. Ich tippe das Ganze ein. Sie sollten sowas erhalten wie 0,024 und das bedeutet 2,4%. Mathematisch ist es eine tolle Zahl, 2,4%. Alltagstauglich, Sie können rechnen, eine Tilgung von 1% ist eigentlich so das Minimum, was Sie haben sollten, wenn Sie tilgen. 2% ist okay, 2,4% ist auch nicht schlecht. Super. Gut, damit hätten wir das auch erledigt und damit haben wir die Aufgabe beendet.